Österreich ist eines der erfolgreichsten Länder Europas und wir wissen, dass es uns in der Vergangenheit gut gegangen ist. Jetzt müssen wir uns aber mit der Frage beschäftigen, wie können wir diese Erfolgsgeschichte fortsetzen. Im letzten Jahr sind über 60.000 neue Jobs geschaffen worden, vornehmlich von den Klein- und Mittelbetrieben in Österreich. Die müssen wir unterstützen, damit sie noch mehr Menschen aufnehmen können. Und deshalb möchte ich die Lohnnebenkosten um 3 Milliarden Euro senken, damit man diesen Betrieben das Leben erleichtert und damit noch mehr Jobs in Österreich entstehen, noch mehr Menschen gute Einkommen und gute Arbeit bekommen. Das müssen wir uns aber leisten können und dabei ist nicht zu übersehen, dass es in Österreich Unternehmen gibt, die größten der Welt, die keine gerechten Steuern bei uns zahlen, die nicht ihren Beitrag abliefern. Jeder Heurige in Stammersdorf zahlt mehr Steuern als die größte Kaffeehauskette der Welt. Das ist nicht akzeptabel, das ist nicht tolerierbar. Da wollen wir uns ganz konkret das Geld holen, um unsere Klein- und Mittelbetriebe zu unterstützen, um die Einzelpersonenunternehmen auch zu unterstützen, damit auch die vielleicht mal Menschenarbeit geben. Bitte und bitte auf Sie, im Beispiel auf der Schauspielbereich, Das ist nicht genau, wenn Sie diebie, in der Schauspielern nicht wahrnehmen. So. Und natürlich an der Schauspiel глазelungen. … …